Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LF17 auf der Hofbergrand Reloaded. So, wir wollten jetzt den Flüssigdinger zur Abfüllung bringen. Jetzt werden wir den Flüssigdinger abpacken. Und dann kommen wir die Klappe zu. Auf geht's heute. So. 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 Da wird das gar nichts mit den Apfeln. Geht es in die Ernte? Ne, die 1 und die 13 ist noch nicht. Also wo Zeck drauf ist, ist ja... Die sind an der Walfa, aber sonst sind wir am Astro-Meter. Die sind fast runder vorn. So ist es echt ein Seng. So sieht man, dass Getreide leer wird. Ja, das weiß ich. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Dass da nichts mehr da wäre. Und bevor wir jetzt in die Ernte gehen, werden wir auch schon mal alles. Jetzt zurecht zurück. So, wir haben fast 100.000 Stück schuldenfrei. Das finde ich am besten finde. Und jetzt hier irgendwo noch ranzcrollen. So. Die Schnee, die ich wollte schon. Mal gucken, ob ich noch was im Silo habe an Getreide. Juna, komm. Die Schnee, die Bunde. Aber die Schnee. Ich kann meinen, die im Silo habe noch alles auf. So, ich packe mit mir ein. Das ist toll. hat man ja gekriegt, dass wir das Getreisse nicht da hatten muss ich jetzt mal so sagen wir fangen unten an mit Feld 2 und 3 und auch 20 0,70 Das war es mit Auffüllen. Dann gehe ich in die Garage rüber. Dann tappen wir erstmal durch, ob wir alles erledigt haben was wir wollten. Bevor wir uns die Garage schnappen und dann schon mal vorbereiten zu unserer Hochform. So, stopp. Gerade bei der Käseproduktion. Wie es da so aussieht. Oh, den zweiten haben wir schon. Den ist gerade hingefallen. Den hat sich gerade hingetüttelt. So, gucken wir mal was es hier aussieht in Sachen Milch. Das wächst und gedeiht alles. Dich brauchen wir dann. Die Maschine steht. Hier ist voll. Die sind wieder voll. Gut. Jetzt muss ich mal schnell raussteigen. Muss ich mal ganz schnell flink hier machen. So. 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 Okay. So. So. und da ist alles voll passt alles, du kannst aber alles schmurschen hängen wir schon mal in einen Hänger dran da war ein Stück Zaun im Weg holen wir es mal ein da kommt wo wir kommen am besten will ich nicht mehr so verfahren hab ich mir überhaupt angetraut, ich komme auch alle Soja von mir soja, soja, soja und Kerste machen wir die Bänker dann alle mal in eine Weizerrunde dass wir das Wager voll mit Weizen kriegen damit wir dann wieder mal ein Anhänger noch nie was runterfahren können in die Mühle soo da oben sind Kartoffeln drin, das brauchen wir jetzt nicht soja und dann schon mal die Weizen ich habe dann noch ein Stück hoch mit dem Lora damit wir dann noch mal die Runde aussetzen können mit Soja machen wir alle Kartoffeln hier alles hier na, sag schon so ein bisschen die 3 und Feld 21, was jetzt hier bekommt, an der Seite auftaucht So, einmal ein, ich würde mal gucken, haben keine Schulfamilie Schulze hat 70% Schulze hat 70% Braun hat 70% Das stimmt für um 85% Die ist voll, die ist voll Ja Von weit ist gerade ein Auffall, jawohl Die Familie Krüger ist 86% Gut Das ist der U-U-Ra Jetzt können wir noch ein Stück abdrücken Walsch, welches heißt das herum Milch läuft auch einer frei So, die brauchen wir nicht So, Kartoffel frei, ne, ne Sterne sind längst durch Gut, können wir gleich gleich starten Gut So, also hier mal vorher gucken, welche Schleid wir ankoppeln Ich würde sagen, das ist ein Monstradition Ja Und das habe ich noch bei der letzten Erntesaison So So, let's go So So Alter safe, ja boy Alter safe, ja boy So 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 Abkurbeln So Klappen wir ein Klappen wir jetzt aus Schmeiß Schmeißen wir mal den Trasher ein Schmeißen So 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 Wir werden jetzt in der Folge die Stimme versorgen. Das war ganz schlecht. Sprit kriegen wir mehr, also wir verkaufen sie gleich. So Erst hinten ist Hammer und Shift Das ist aber echt und fertig, dass es keine hinten sind Ja Und so Das geht in der Geese-Bogge Die Klaas hier Vielen Dank. So, das erste Mal mehr Schaffung ist vor, muss ich denken. Soweit ist es nicht mehr. Ein Stück Stirnseite. Dann haben wir die erste Runde geschafft. Okay. Okay. So, vielleicht haben wir es geschafft. Mit der ersten Wahl. Dann können wir uns glücklich schätzen. Man kann uns glücklich schätzen. Dann können wir uns glücklich schätzen. Dann können wir uns glücklich schätzen. Okay. Okay. So. Aber wir kommen jetzt noch mal zum Ende dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne den Däumchen da. Denn ich spring raus. Ciao, ciao. So. 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 So.